Bevor es hier so richtig losgeht, möchte ich euch ein wirklich außergewöhnliches und wertvolles Event ans Herz legen, zu dem ich selbst gehen werde und mit dem ihr euch privat wie beruflich super weiterentwickeln könnt. Und zwar findet vom 5. bis 6. Mai 2018 in Bad Kissing das Next Level Event von und mit Katharina Pommer statt. Das Event hat eine echt spannende Agenda mit inspirierenden Keynotes, wie ich finde, sowie Übungen, Impulsen und hier werden vor allem die Werkzeuge und Methoden an die Hand gegeben, die euch wirklich weiterbringen. Ihr lernt zum Beispiel, wie ihr blockierende Glaubenssätze dauerhaft auflöst, wie ihr eure Vision konkret umsetzen könnt und vieles mehr. Neben Katharina Pommer, die übrigens auch hier im Podcast schon gewesen ist, werden einige weitere der besten Trainer Europas dort mit euch arbeiten, wie zum Beispiel Martin Limbeck oder Edgar Itt. Und ich kann euch nur empfehlen, diese Chance der Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, genau wie ich es auch tun werde. Für alle die unter euch, die Lust darauf haben, dass wir uns dort treffen, kommt hier die Chance auf 20% Rabatt auf eines der begehrten Tickets für das Next Level Event in Bad Kissingen. Dazu gebt ihr einfach unter www.next-level-event.de slash Markenrebell das Stichwort Markenrebell ein und schon habt ihr die Chance auf diese 20% Rabatt. Alles, was ihr braucht, findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann am 5. bis 6. Mai in Bad Kissingen. Ich freue mich total, wenn wir dort aufeinandertreffen und wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, bleibt rebellisch und nun geht's weiter hier. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen Von und mit Markenrebell Norman Glaser Wofür stehst du mit einer Marke? Warum der Aufbau einer Marke so wichtig ist Egal ob als Solo-Entrepreneur oder als Unternehmen, im digitalen Zeitalter ist es unerlässlich, eine Marke zu kreieren. Mit einer Marke kannst du aus der Masse heraustreten und gut positioniert sichtbar werden. Du stehst für etwas und bietest auf diese Weise für deine Zielgruppe Orientierung und Sicherheit. Menschen sind nicht Fan eines Unternehmens, sondern sie sind Fan von Marken. Sie identifizieren sich mit der Marke, verteidigen sie, empfehlen sie weiter und interagieren mit ihr. Eine große Identifikationsfläche bieten Personenmarken. Denn hier wird der Mensch selbst sichtbar. Besonders, wenn er seine Geschichte spannend erzählt und Authentizität verkörpert. Wenn er für etwas steht, wenn er sich weiterentwickelt, sich ausprobiert, etwas riskiert, aber einen soliden und nachvollziehbaren Markenkern mit eigenen Werten vermittelt. Nicht ohne Grund lösen einige Namen in uns gleich eine ganze Kette an Bildern und Emotionen aus und wir können gleich benennen, wofür beispielsweise Steve Jobs, Angela Merkel oder Pep Guardiola stehen. Es geht also beim Aufbau der Personal Brand zu einem wesentlichen Teil darum, wie man wahrgenommen wird. Hier ist es sowohl offline als auch online sehr wichtig, die Deutungshoheit über die eigene Marke so gut wie möglich zu steuern. Natürlich ist dies nicht im absoluten Maße möglich, da profilierte Marken genau wie profilierte Menschen auch immer polarisieren. Wer aber auf der Basis der eigenen Erfahrungen authentisch und mutig herausstellt, wofür er steht und was ihn antreibt, wird davon nicht nur mehr Nutzen als Nachteile erfahren, sondern hat so überhaupt nur die Möglichkeit mitzuspielen. Die Komfortzone verlassen. Was hindert dich? Nun ist nicht jeder der geborene Selbstdarsteller oder Entertainer. Es gibt einige Gründe, die uns daran hindern könnten, beispielsweise im eigenen Blog- oder YouTube-Kanal vor unbekannten Menschen Stellung zu beziehen, eine Meinung zu vertreten oder sich selbst in seinen Vorzügen anzupreisen. Durch die digitale Sichtbarkeit werden wir potenziell angreifbar. Vielleicht denken wir auch, wir wären nicht gut genug oder malen uns im Kopf schon einige hämische Kommentare der Community aus. Dies ist ein absolut verständliches Empfinden und vermutlich fühlen mehr Menschen so, als man denkt. Allerdings ist nichts befreiender, als die viel zitierte Komfortzone zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren. Sich einfach von überzogenem Perfektionismus zu verabschieden und das einfach zu tun. Zudem sind die Risiken beim Aufbau der eigenen Marke überschaubar und die Marke kann jederzeit verändert und weiterentwickelt werden. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Male dir diesen Fall ruhig mal aus und frage dich dann, wie wahrscheinlich es ist, dass er wirklich so eintritt. Stell dir dann aber auch mindestens genauso intensiv vor, was im besten Fall passiert. Wenn du siehst, wie deine Marke wächst, wenn du als Experte wahrgenommen und angesprochen wirst. Wenn die Leute mit dir persönlich arbeiten wollen, du sogar weiterempfohlen wirst und die Community deine Inhalte teilt. Wenn dein Wert erkannt und geschätzt wird. Was treibt dich an? Bei der Entwicklung deiner Personenmarke solltest du dir zunächst Gedanken darüber machen, was deine Motivation ist und dich antreibt. Warum tust du, was du tust? Die Frage nach dem Warum ist elementar für deine Marke, denn hier beginnt deine unvergleichliche Geschichte, deine Leidenschaft. Diese emotionale Basis wird sich im Business dann auf deine Zielgruppe übertragen und dich erfahrbarer und interessanter machen als die gesichtslose Konkurrenz. Zudem gibst du nicht nur dir Selbstsicherheit und Orientierung, sondern auch den Menschen, mit denen du arbeitest. Da uns die eigene Motivation vielleicht gar nicht richtig bewusst ist, lohnt es sich hier, mit Hilfe einiger Fragen etwas genauer einzutauchen. Was ist dir wichtig im Leben? Was ist deine Vision? Was befähigt dich besonders zu deinem Business? Was zeichnet dich aus? Wie würden andere dich beschreiben? Wofür willst du Anerkennung? Wann bist du in deinem Flow und vergisst die Zeit? Was sind deine wertvollsten Eigenschaften? Was sind deine wichtigsten Fähigkeiten? Welchen Benefit haben Menschen durch die Zusammenarbeit mit dir? Was ist dein Mantra, Motto oder wichtigster Glaubenssatz? Diese Fragen führen dich nicht nur zu deiner eigenen Motivation, sondern auch zu deinen Werten. Beides ist natürlich miteinander verbunden und man kann sagen, dass sich unser Antrieb zu einem großen Teil aus unseren inneren Werten speist. Diese Wertematrix bildet gewissermaßen den Kern deiner Marke. In einem ersten Schritt kannst du bei der Entwicklung mit den oben genannten Fragen arbeiten und ohne Schere im Kopf gewissermaßen im Brainstorming-Modus einfach alles aufschreiben. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es auch sinnvoll, andere Menschen mit einzubeziehen, um hier Feedback und Einschätzungen aus anderen Perspektiven zu bekommen. Sprich mit deiner Familie, mit Freunden und vielleicht auch mit vertrauten Mitarbeitern oder Kollegen über deine Werte und vergleiche die Perspektiven. In einem weiteren Schritt kannst du deine Ergebnisse klastern und bewerten. Die Kür besteht dann darin, die hier entstandenen Ergebnisse auf den Punkt zu bringen und die Essenz in deine Markendarstellung einfließen zu lassen. Was ist deine Markengeschichte? Ein weiterer Ansatzpunkt und wesentlicher Faktor deiner Marke ist das Erzählen deiner Markengeschichte. Hier vermitteln sich nicht nur deine Werte, sondern hier kannst du mit Elementen des Storytelling direkt die Herzen deiner Zielgruppe ansprechen. Hier teilst du deine besondere Marken-Biografie und vermittelst gleichzeitig, dass du nicht nur informieren willst oder über bestimmte Qualifikationen verfügst, sondern dass man dir vertrauen kann. Denn durch die eigene Geschichte werden wir authentisch und nachvollziehbar und geben gewissermaßen unserem potenziellen Gegenüber einen Vertrauensvorschuss. Auch bei der Entwicklung deiner Markengeschichte ist es sinnvoll, zunächst konzeptionell anhand von Fragen zu arbeiten. Wie hast du angefangen? Was hat dazu geführt, dass du tust, was du tust? Was waren einschneidende Momente und Situationen auf deinem Weg? Was waren Aha-Momente und Game Changer? Was sind deine größten persönlichen und größten beruflichen Erfolge? Wie haben sie dich beeinflusst? Was waren deine Erkenntnisse? Was sind deine größten persönlichen und beruflichen Niederlagen? Wie haben sie dich weitergebracht? Was waren die Learnings? An welchen Punkten hast du neue Wege eingeschlagen und warum? Wo soll die Reise noch hingehen? Was ist deine Vision? Für welche Überzeugungen und Werte stehst du? Welches Versprechen gibst du mit deiner Marke? Auf der Basis deiner Ergebnisse kannst du dann deine Brand-Story entwickeln. Hier geht es darum, deinen eigenen Stil zu entwickeln und mit Elementen der Erzählung deine Geschichte auf spannende Weise zu gestalten. Dazu gehört ein dramaturgischer Aufbau mit Konflikt, Höhepunkt und eine Auflösung mit dir als sympathischen Protagonisten. Diese Brand-Story kannst du dann als Kernbotschaft in alle Marketing-Maßnahmen einfließen lassen. Auch wenn die Arbeit an den eigenen Werten und an der Markengeschichte zunächst etwas zusätzliche Arbeit bedeutet, so ist sie doch die Grundvoraussetzung für die Entwicklung einer Personenmarke, die sich von der Masse abhebt und Vertrauen sowie Authentizität ausstrahlt. Je genauer du weißt, wofür du stehst, desto leichter wird dir die Entwicklung deiner Marke fallen. Deine Werte, dein Antrieb und deine Persönlichkeit werden klar ersichtlich und bieten den Menschen Orientierung, Sicherheit und die Möglichkeit der Identifikation. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die Entwicklung und der Aufbau einer Marke nicht von heute auf morgen geschehen, sondern prinzipiell einen fortlaufenden Prozess darstellen. Milestones und realistische Zielsetzungen sind hier wichtig. Nimm dir Zeit, feiere kleine Erfolge und erfreue dich am Wachstum deiner ganz persönlichen Marke. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet. Wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.